Also, dasselbe Spiel noch einmal. Mann, ich bin ja doch schon gut. Ich habe ja keine Dinge mehr. Mann, ich habe keine Ahnung mehr. Scheisse, noch mal. Fuck, Mann. Meine Scheiss-Firka. Ich habe keine Bock da, die Dinge abzuschlachten. Ich habe nur die zwei, die sie abhängig sind. Ja, der Oberhaupt sind eigentlich auch nicht andere Scheiss. Wolf. Du kostest mich Nerven, Weib! Ja, du kostest mich wirklich Nerven. So, Fisch, Weib. Fisch, Weib. Du kostest nicht Nerven, Weib! Bleib stehen, Weib! Oh, Mann, wie? Bleib doch einmal stehen, Hardy! Bist du nicht richtig im Kopf? Wieso? Ich habe ihn. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Ich bin langsam! Mann! Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gadzidio. Ist mir eine Ehre. Gadzio? Nenn mich einfach Zio. Zio? Zio! Zio. Nun, sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es... Es... Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich habe euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau... Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Äh... Ein Hügel. Jetzt sag nur mal, dass ich der Hügel... Triff mich dort. Ey, also... Das ist hier Meile entfernt von dem Ort. Wir haben uns gelesen. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Du kennst ihn? Das ist kein Volk von mir. Das ist kein Volk von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Und erst müssen wir ihn finden. Ein Tier hätte vielleicht noch... Scheisse. Yo, hey. Acht. Die andere kommen da auch vom Scheissdrager. Wo ist sie? Nee, da auch. Da kommt der nicht dahin. Äh... Wo ist sie? Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Und doch bleibe ich. Ja. Ja. Und wir. Ja. Ich weiß nicht, wie ich bin. zackt doch dort du bleibst hier eine mohawk squad wird verdacht erregen oder noch schlimmeres das ist nicht das erste mal dass ich euer volk besuche ich kann auf mich aufpassen das hoffe ich und du was läufst du da um mich macht ja nichts läuft doch nicht um ich wette unsere kleine ruhe pause hier ist bald beendet wir marschieren sicher bald nach söden mhm tsch du wettel wie merk ich das ist wenn wir machen Entschuldigung. Tja, das muss ich wirklich erst einmal selbst ausprobieren, bevor ich es glaube. Mach doch Platz. Ich glaub das. Das ständige Tozen der Branden. Das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles fort. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schönen Namen und schon wird alles verziehen. Mhm. So, Taverne verlassen. Den Hallen mal ab. Ui! Wohin willst du? Ui! Ich? Ne, dein Zwillingsbruder. Also ich... wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun... werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Ja, das ist doch hier. Ja, setz dich so... Möchtlich sehr, ja. ... Ja wala... Das war jetzt noch mal... Das ist noch nicht möglich... Und noch ein Jahr, aber das ist noch ein Jahr. Erhört! So und da mal Oh, das habe ich ja kaum wieder nur nicht gesehen. Das ist jetzt gut, ich sehe da nicht. Komm Ich bin nur aus dem Sinn, ich bin nur aus dem Sinn. Boah! Glaubst du, du kannst das nicht bevor? Gnäuse Jacke, ne fette Gornen aus. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Boah, hat meine Bocke geschossen. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Au, das brennt. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Bredox Camp. Bredox Camp. So, so. Also, Bredox Camp. Äh... Sequenz 3 nicht überzeugt. Ja, da ist es nicht überzeugt. Wow, zweimal erfüllt. Cool. That's cool. Ja. Äh... So, dann schauen wir mal schnell da vorne. Wäre da gespemmt. Das wäre da in Riga. Äh... Was haben wir da? Da gibt es noch Posten. Dort haben wir den Schnellreis. Und... Ah, Häusliger. Schnellreis, oder? Ich hoffe, das bin ich auch geholfen. Das können wir dann da vorne nehmen, oder? Oh... 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 Ah... Ich verstehe nicht. Man... Ich kann dieses Ding nicht mal dote Hause kommen. Ich melhor mogu. Ich habe dir etwas brechen, Skemm spike. Ohiro... Also... Den etwas dritten wird. Danke. Oh, das ist ein... Mach den, mach den, mach den, mach den... Geh, 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 geh! Ach, hier, hier. Hier, hier. Hier. Nochmal hier. Hier, 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 hier! So, wenn man mal hört, was da in Bredox kennt, was es da bestürt gibt. Hier, hier... Ah, da ist es hier. Oh jei. Der Teufel steckt im Detail. Was ist, da haben wir hier nichts zu machen auf dieser Karte. Würfelstelle, oh nein. Jetzt will ich nicht würfeln. Ich muss hier unten stehen. Nutze den Schneesturm um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Du willst mich nochmal von hier fern, oder was? Das ist doch süß. Also, kurzes Päusli. Und dann geht's gerade wieder.